17 Uhr, hier ist NDR Info. Willkommen. Die Elbvertiefung sollte den Weg freimachen für die ganz großen Schiffe, damit Hamburg konkurrenzfähig bleibt mit anderen wichtigen Häfen Europas. Den Weg freigemacht hat die Elbvertiefung aber vor allem für ein Schlickproblem, das immer massiver wird. Heute findet dazu ein Drei-Länder-Gespräch statt, in dem Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein beraten, wie es jetzt weitergehen soll. Denn aus der Elbvertiefung wurde ein Projekt mit wenig Höhen, aber tief und festsitzenden Problemen. Allein in diesem Jahr werden mehr als 1700 Menschen nach ihrer Flucht übers Mittelmeer vermisst oder sind dabei gestorben. Die Organisation Sea-Watch kann aktuell nicht helfen. Ihr Schiff wird seit drei Monaten von den italienischen Behörden nahe Sizilien festgehalten, weil es zugefordert ist. Ein neues Rettungsschiff ist schon angeschafft und wird jetzt in Flensburg ausgebaut. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Jahrelang hatte ein 61-Jähriger illegal riesige Mengen Müll auf einer Deponie in Norderstedt angehäuft. Heute hat ihn das Amtsgericht verurteilt. In den kommenden Tagen bleibt es kalt bei uns im Norden. Zum Schnee kommt wie hier am Schloss Schwerin auch Nebel. Hier geht es jetzt weiter mit Seelöwe und Co. Bis morgen.